wer kennt das nicht die w40 tolles zeug aber kein druck mehr auf der flasche da habe ich mir gedacht okay wie komme ich an den letzten rest dran also sind noch milliliter drin wie komme ich an den rest dran so ich habe einen kleinen schraubenzieher feinwerkzeug gut und billig da ein loch reingemacht und habe mir gedacht das ganze mit dem schlauch verbunden jetzt wird es ein bisschen schwierig eigentlich das den einzuführen aber ja das ist drin und den letzten rest rauszubekommen das ist vollbracht die w40 bis zum letzten tropfen nutzen ja leute lasst euch was einfallen ich wünsche euch was